Bevor das Video losgeht, will ich euch unbedingt noch ein richtig geiles Strategiespiel zeigen und zwar Fortnite Battle Royale Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Fortnite euch erstmal freischalten Nämlich alles ist in dichten Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen Rundum muss ich sagen, macht das Spiel wirklich extrem viel Spaß Und ich sag mal, die Frage, ob das Spiel gut ist, könnt ihr euch wahrscheinlich selber beantworten Das ist nämlich gerade im App Store Top 1 der Strategiespiele-Apps, also ja Alleine zocken macht ja meist nicht so Bock, Freunde, deswegen gibt es Gilden Und mit den Gilden könnt ihr dann einfach gegen andere Königreiche in den Krieg ziehen Also da ist immer auf jeden Fall was zu tun, Leute Mich würde echt freuen, wenn ihr euch das Spiel unten, erster Link in der Beschreibung downloadet Wie gesagt, das dicke Paket, der Code hier nochmal eingeblendet Unterstützt ihr mich noch mit, Freunde, und vielleicht sieht man sich mal ingame Aber ich sag euch, Freunde, ich bin brandgefährlich Ab geht's!